Ein neues Erdbeben von der Stärke 6,4 hat vier Tage nach dem... Ich muss schnell unterbrechen, Entschuldigung. Ähm, ja, Still Searching spielt dieser Freitag-Zentli-Buch den letzten Auftritt, und zwar am 8.8. im Duo Zentli-Buch. Wir würden uns wirklich mega freuen, wenn ein paar Feuchtetal dabei wären. Jetzt muss ich aber weitermachen, Nachrichten warten. Das Zentrum ist am 5.3. Das Zentrum ist am 5.3. Das Zentrum ist am 5.3. Und zwar 2 mit dem 4... ... Nachrichten. Vielen Dank.